Ardha Padma Bhittilasana ist die heilige Kuh im halben Lotus. Ausgangsposition ist der langen Setz von hier, gib einen Fuß in den Lotus und dann beuge dich nach vorne. Und da wo der halbe Lotus ist, gibst du das Knie auf den Boden, das andere Knie auch auf den Boden und ein Unterschenkel nach hinten und beide Unterarme auf den Boden und schauen nach vorne. Das ist Ardha Padma Bhittilasana, eine schöne Stellung, um den halben Lotus weiterzuentwickeln.